Hallo, ich wollte euch heute mal wieder etwas zeigen. Kennt bestimmt noch jeder. Hatte früher jeder im Büro gehabt sowas. Eine alte antike Spitzmaschine. Seht es euch einfach an. Gibt es heute kaum noch. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020